Voyage to go History. Der Weg war das Ziel, dabei sein war alles. Hallo, mein Name ist Jessica. Herzlich willkommen zur 13. Folge meines historischen Reisepodcasts Voyage to go History, mit dem ich euch mitnehme auf die abenteuerlichsten Reisen, die uns aus der Vergangenheit überliefert sind und die unseren Blick auf die Welt bis heute bestimmen. In der Geschichte, die ich euch erzähle, reisen wir in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit dem jungen Georg Forster auf dem Segelschiff HMS Resolution unter dem Kommando von Captain Cook in die Südsee und um die Welt. Georg Forster wurde 1754 in der Nähe von Danzig geboren. Als er elf Jahre alt war, zog er mit seinem Vater im Jahr 1766 nach London. Dort bekam Georgs Vater der Naturwissenschaftler Reinhold Forster im Jahr 1772 ein Angebot von der britischen Admiralität. Er sollte an der bevorstehenden zweiten Südseereise von James Cook teilnehmen, einen wissenschaftlichen Bericht über die Reise schreiben und ihn nach der Rückkehr veröffentlichen. Der Vater stimmte zu unter der Bedingung, dass sein erst 17-jähriger Sohn Georg als Zeichner und wissenschaftlicher Assistent mitkommen durfte. Nach mehr als drei Jahren kehrten sie von dieser Reise zurück. Georgs Reisebericht gilt nicht nur als Anfang der modernen deutschen Reiseliteratur. Er hatte auch großen Einfluss auf Alexander von Humboldt, der Forster als sein Vorbild bezeichnete und ihn auf mehreren Reisen begleitete. Außerdem beeinflusste er viele spätere Ethnologen. Forsters Erzählungen und Gedanken drehen sich immer um die Grundlagen des Menschseins, besonders um das faszinierende soziale Verhalten von Einzelpersonen und Gruppen. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werden wir also in die Tiefen dieses literarischen Abenteuers eintauchen. Dabei segeln wir nicht nur um die Welt, sondern erforschen auch die Essenz der Menschlichkeit. Georgs Reiseerzählung ist im Deutsch von Goethe geschrieben. Um es verständlicher zu machen, habe ich es weitgehend in heutiges Deutsch übertragen. Georgs Forsters Wissen stammt aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Deshalb wird uns im Voyage to Go History Podcast ein KI-Erzähler zusätzliche Informationen und Hilfestellungen geben. In der letzten Folge ankerte die HMS Resolution weiter vor der neuseeländischen Südinsel. Auf der Jagd versagten ihre Gewehre. Zum ersten Mal besuchten sie die neuseeländischen Ureinwohner auf ihrem Schiff. Dann unternahmen sie eine Landexpedition und Georg erklärte, wie sie ihr Nachtlager am Ufer aufbauten. Mittwoch, 21. April, Dusky Bay, Neuseeland. Nachdem sie die Nacht so verbracht hatten, machte sich Captain Cook und Georgs Vater, begleitet von zwei Matrosen bei Tagesanbruch in einem kleinen Boot auf, um das äußerste Ende der Bucht zu erkunden. Dort stießen sie auf ein großes Stück flaches Land, auf dem sie ausstiegen und das Boot zur anderen Seite hinüberrudern ließen, um dort wieder einzusteigen. Sie waren noch nicht weit gegangen, als sie auf einige wilde Enten stießen. Sie schlichen durch das Gebüsch und schossen eine davon. Kaum hatten sie jedoch gefeuert, erhob sich von mehreren Seiten um sie herum ein furchterregendes Geschrei. Sie antworteten auf gleiche Weise und eilten, ohne jedoch die Ente zurückzulassen mit schnellen Schritten zum Boot, das nun mindestens eine halbe englische Meile von ihnen entfernt war. Die Eingeborenen, die das Geschrei verursacht hatten, waren noch immer zu hören, kamen aber nirgendwo zum Vorschein. Wie sie später erfuhren, befand sich zwischen ihnen ein tiefer Fluss und die Eingeborenen waren nicht zahlreich genug, um Feindseligkeiten zu beginnen. Während all dies geschah, waren die übrigen von ihnen nicht weit von dem Ort, an dem sie die Nacht verbracht hatten, in den Wald gegangen, um Pflanzen zu suchen. Sobald sie dort das Geschrei der Wilden hörten, sprangen sie in das andere zurückgebliebene Boot und ruderten dem ersten nach, um den Kapitän und Georgs Vater zu unterstützen. Als sie bei ihrer Ankunft jedoch sahen, dass diese wohlbehalten und bereits wieder in ihrem Boot waren und nirgendwo ein Feind auftauchte, fuhren sie gemeinsam den Fluss hinauf und schossen vergnügt Enten, von denen es hier viele gab. Endlich zeigte sich ein einheimischer Mann zusammen mit seiner Frau und einem Kind am linken Ufer. Die Frau winkte ihnen mit einem weißen Vogelfell zu, wahrscheinlich als Zeichen des Friedens und der Freundschaft. Da das Boot, in dem sich Georg befand, den Eingeborenen am nächsten war, rief Captain Cook dem darin kommandierenden Offizier zu, dass er an Land gehen und ihre angebotene Freundschaft annehmen solle, während der Kapitän seinerseits dem Lauf des Flusses so weit wie möglich folgen wolle. Georg war unsicher, ob der Offizier die Absicht von Kapitän Cook nicht verstand oder einfach zu sehr darauf bedacht war, Enten zu jagen. Auf jeden Fall landeten sie nicht. Die einheimischen Menschen, die offenbar nichts Gutes von Fremden erwarteten, die ihre Friedensangebote geringschätzten, flohen schnell in den Wald zurück. Bei dieser Gelegenheit fiel Georg eines besonders auf. Er bemerkte, dass diese Menschen wie fast alle Völker der Erde die weiße Farbe oder grüne Zweige als Zeichen des Friedens ansahen. Es schien, als hätten sie es abgesprochen. Sie gingen mit einem oder dem anderen versehen den Fremden mutig entgegen. Es scheint, dass Menschen schon vor langer Zeit vereinbart haben könnten, dass die weiße Farbe und grüne Zweige ein Zeichen für Frieden sind, obwohl sie an sich keine direkte Bedeutung für Freundschaft haben. Der Kapitän roderte weiter den Fluss hinauf, konnte aber wegen der starken Strömung und einiger großer Felsen nicht weiterkommen. Dort entdeckten sie eine neue Art von Enten, die bereits die fünfte neue Rasse war. Sie waren etwas kleiner als die bisherigen und glänzten schwarz-grünlich auf dem Rücken, während der Bauch dunkel-rußgrau war. Die Federn am Kopf der Enten glänzten in einem purpurfarbenen Ton, ihre Nebel und Füße waren Bleifarben und ihre Augen hatten eine goldgelbe Farbe. Außerdem hatten sie einen kleinen weißen Strich über ihren kleineren Schwungfedern. Als der Kapitän wieder zu ihnen stieß, tauchten auf der anderen Seite des Flusses, genau dort, wo die friedliche Familie gesehen wurde, zwei Männer aus dem Wald auf. Der Kapitän wollte sie kennenlernen, also ruderte er zum Ufer. Aber als sich das Boot näherte, verschwanden sie im dichten Gebüsch, das so undurchdringlich war, dass sie sie nicht sehen konnten und es zu gefährlich gewesen wäre, ihnen zu folgen. Die Flut war vorbei, also nutzten sie die Ebbe, um vom Fluss zurück zu dem Platz zu gelangen, an dem sie die Nacht verbracht hatten. Dort machten sie ein kleines Frühstück und stiegen dann in die Boote, um zum Schiff zurückzukehren. Kaum waren sie vom Ufer weg, als die beiden Wilden aus dem Wald kamen und sie riefen. Der Kapitän ließ beide Boote zu ihnen fahren. Da sein Boot an einer flachen Stelle stecken blieb, stieg er ohne Waffe aus und hielt ein weißes Blatt Papier in der Hand. Er wartete mit zwei anderen Leuten ans Ufer. Die Wilden standen etwa hundert Schritte vom Ufer entfernt und hatten beide Speere bei sich. Als der Kapitän mit seinen Begleiter näher kam, wichen sie zurück. Der Kapitän hielt an, um zu sehen, was los war. Er ging allein weiter auf sie zu, aber selbst das konnte sie nicht dazu bringen, ihre Speere wegzulegen. Schließlich fassten sie Mut, steckten ihre Speere in den Boden und gingen mit Gras in der Hand auf den Kapitän zu. Sie boten ihm ein Ende des Grases an, während sie das andere hielten. Dann begann sie eine feierliche Rede, die etwa zwei Minuten dauerte. Dabei hielten sie mehrmals inne, wahrscheinlich um eine Antwort zu hören. Nachdem die Zeremonie vorbei war, begrüßten sie sich. Der Neuseeländer gab dem Kapitän einen neuen Mantel als Geschenk und erhielt dafür eine Axt. Als so Frieden und Freundschaft hergestellt waren, kam auch der zweite Wilde zum Kapitän und bekam ebenfalls eine Axt als Geschenk, genau wie sein Freund. Nun stiegen mehrere von waren die Eingeborenen über die Zunahme ihrer Zahl nicht im geringsten beunruhigt, sondern begrüßten jeden, der herbeikam, mit viel Aufrichtigkeit. Zwar ließen sich jetzt auch von ihrer Seite im Hintergrund des Falles noch mehrere sehen, dem Anschein nach waren es jedoch nur Frauen. Die beiden Männer baten sie daraufhin durch wiederholte Zeichen, dass sie mit zu ihren Hütten gehen sollten und gaben ihnen zu verstehen, dass sie dort gemeinsam essen wollten. Aber die Ebbe erlaubte den Abenteurerinnen nicht, von dieser Einladung Gebrauch zu machen. Sie gingen auseinander und die Einheimischen begleiteten sie bis zu den Booten. Als sie jedoch die Gewehre über die Boote hinweg gelegt sahen, trauten sie sich nicht näher heran. Sie baten darum, dass die Besucher die Gewehre weglegten. Sobald das passiert war, kamen sie näher und halfen dabei, die Boote ins Wasser zu schieben, das wegen der Ebbe vom Ufer zurückgegangen war. Dabei mussten sie auf all ihre Sachen genau aufpassen, denn die Einheimischen schienen alles zu wollen, was sie sehen und erreichen konnten. Sie wagten sich jedoch nicht an die Gewehre, wahrscheinlich, weil sie deren tödliche Wirkung im Wald bemerkt hatten, als die Neuankömmlinge damit Enten erlegten. Soweit sie sehen konnten, hatten die Neuseeländer keine Kanus, sondern nur einige Holzstücke, die wie Flöße miteinander verbunden waren. Diese waren ausreichend, um Flüsse zu überqueren. Wahrscheinlich war das ihr einziger Gebrauch dafür, da es genug Fische und Federwild gab, sodass sie nicht weit fahren mussten. Es gab nur etwa drei Familien in ihrer gesamten Gemeinschaft, weil außer einer einzigen anderen Familie niemand sonst in Dusky Bay lebt, haben sie keine bösen Nachbarn, die ihnen Probleme machen könnten. Deshalb brauchen sie auch keine Fahrzeuge, um schnell vor Feinden zu fliehen und ihren Wohnort oft zu wechseln. Die Gesichter dieser Leute schienen den Europäern ein wenig wild, aber nicht hässlich. Sie hatten dickes Haar und schwarze, krause Bärte. Ansonsten ähnelten sie der Familie auf der Indianerinsel sehr, sowohl in Bezug auf ihre Mahaguni-braune Hautfarbe als auch auf ihre Kleidung und ihr Verhalten. Sie waren mittelgroß und kräftig, aber ihre Schenkel und Beine waren sehr dünn, während ihre Knie im Vergleich dazu ziemlich dick waren. Das Volk hat einen eigenartigen Mut. Trotz ihrer Schwäche und geringen Anzahl können sie es nicht ertragen, sich zu verstecken. Zumindest verstecken sie sich nicht, ohne zu versuchen, mit den Fremden Kontakt aufzunehmen und herauszufinden, wie sie sind. Hier gibt es viele Inseln, Buchten und dichte Wälder, was es schwierig macht, die Familie zu finden, die die Abenteurer auf Indian Island gesehen haben. Sie hätten sie nicht gefunden, wenn sie sich nicht selbst gezeigt und die ersten Schritte zur Bekanntschaft gemacht hätten. Außerdem hätten sie diese Bucht verlassen, ohne zu wissen, dass sie bewohnt ist, wenn die Einwohner ihnen nicht zugerufen hätten, als sie ihre Gewehre abfeuerten. In beiden Fällen zeigt sich eine offene und ehrliche Art, die ihren Charakter positiv hervorhebt. Wenn sie auch nur einen Hauch von Verrat oder Heimtücke in sich gehabt hätten, hätten sie die Entdecker überraschend angreifen können, da sie genügend Gelegenheit dazu hatten. Über diese Begegnung mit den Wilden war es Mittag geworden, als sie sie verließen und nordwärts den langen Meeresarm wieder hinunterging, von dem Captain Cook unterwegs eine Zeichnung machte. Die Nacht überholte sie, bevor er fertig war. Sie mussten daher einen anderen, ähnlichen Arm des Meeres ununtersucht lassen und eilen, um zum Schiff zurückzukehren, wo sie erst um acht Uhr abends ankamen. Man erzählte ihnen, dass der Wilde mit dem Mädchen bis Mittag an Bord geblieben war und als man ihm mitgeteilt hatte, dass in seinem doppelten Kanu in der Kaskadebucht einige Geschenke für ihn hinterlegt worden waren, schickte er einige seiner Leute los, um sie von dort zu holen. Er und seine ganze Familie blieben bis zum nächsten Morgen in der Nähe des Schiffs. Seitdem haben die Europäer sie nicht mehr gesehen und das war umso ungewöhnlicher, da sie sie nie mit leeren Händen gehen ließen, sondern ihnen nach und nach etwa neun oder zehn Äckste und mindestens viermal so viele große Nägel sowie die andere Dinge geschenkt hatten. Insofern diese Gegenstände als Reichtümer unter ihnen betrachtet werden, ist dieser Mann der reichste in ganz Neuseeland. Denn bevor englische Schiffe zum zweiten Mal ankamen, gab es auf der ganzen Insel zusammengenommen nicht so viele Eisenwerkzeuge. Da das Gebel so wenig bevölkert ist, führen die einzelnen Familien dort wahrscheinlich ein unstetes, nomadisches Leben und ziehen möglicherweise aus verschiedenen Gründen wie der Fischerei zu verschiedenen Jahreszeiten von einem Ort zum anderen. Georg dachte auch, dass ihre Freunde vielleicht nur deswegen weggezogen waren. Aber es hieß, der Wilde habe vor seinem Wegzug durch Zeichen gezeigt, dass er tödliche Angriffe plane und dazu die Äckste benutzen wolle. Wenn man ihn richtig verstanden hat, wurde ihre schöne Hoffnung, den Ackerbau und andere nützliche Arbeiten durch die Verteilung von brauchbaren Werkzeugen zu fördern und zu erleichtern, plötzlich zunichte gemacht. Trotzdem wäre es sehr seltsam, ja fast unverständlich, dass eine einzelne Familie, die von der ganzen Welt abgeschieden in einer geräumigen Bucht lebt, wo sie wegen ihrer geringen Zahl und wenigen Bedürfnissen niemals Mangel an Lebensmittel oder anderen Notwendigkeit haben könnte, in ihrer Einsamkeit nach Krieg mit ihren Mitmenschen nach Mord und Totschlag streben würde. Die tiefe Barbarei, in der sich die Neuseeländer befinden und die immer nur das Gesetz des Stärkeren anerkennen, könnte vielleicht der Grund dafür sein, dass sie eher als jedes andere Volk dazu neigen, ihre Mitmenschen bei der ersten Gelegenheit zu töten, sobald Rache oder Beleidigung sie dazu treibt, und ihr angeborener Wildermut lässt es ihnen auch selten an der tatsächlichen Umsetzung eines so grausamen Vorhabens fehlen. Georg bemerkte nämlich ein ganz besonderes Merkmal, nämlich die Tapferkeit des alten Mannes, der jetzt von ihnen fortgegangen war. Ihre Offiziere hatten in seiner Anwesenheit mehrmals Schusswaffen abgefeuert. Eines Tages wollte er es selbst versuchen und man gab ihm ein Gewehr. Das Mädchen, das sie für seine Tochter hielten, bat ihn flehentlich, mit den deutlichsten Zeichen von Angst und Vorsicht, es nicht zu tun. Aber er war nicht von seinem Vorhaben abzubringen und feuerte das Gewehr drei- oder viermal hintereinander ab. Diese kriegerische Neigung und das jezornige Temperament des ganzen Volkes, das keine geringfügige Beleidigung ertragen kann, scheint diese einzelne Familie und die wenigen anderen, die sie an den Ufern dieses langen Meeresarms getroffen haben, dazu gezwungen zu haben, sich von ihren Landsleuten zu trennen. Wenn wilde Völker Krieg führen, ruht die eine Seite normalerweise nicht, bis die andere vollständig vernichtet ist, es sei denn, diese rettet sich rechtzeitig mit der Flucht. Auch dies könnte bei den Bewohnern von Dusky Bay der Fall sein. Und wenn es so ist, sind sie zweifellos nur mit dem Ziel fortgezogen, sich an ihren Feinden und Unterdrückern zu rächen. Damit geht der 13. Teil von Georg Forsters Reise um die Welt auf dem Schiff Resolution unter dem Kommando von James Cook zu Ende. Diesen Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Über Feedback freue ich mich. Ihr findet die Kontakte dazu für X-Threads, Mastodon und Facebook in den Shownotes. Wer auch in der Gegenfahrt mit mir unterwegs sein möchte, dem empfehle ich meinen Reisepodcast Voyage to Go. Dort nehme ich euch auf meine aktuellen Reisen mit. Zum Beispiel mit dem Motorrad über die kolumbianischen Anden, an Bord eines Dreimastersegelschulschiffs oder in den Dschungel von Sumatra. Das alles findet ihr im Podcast Voyage to Go, den ihr fast überall hören könnt, wo es Podcasts gibt. Die Links dazu packe ich euch in die Shownotes. Das war also meine 13. Folge unserer Reise um die Welt mit Georg Forster, Captain Cook und der Resolution, auf der wir in den kommenden Wochen gemeinsam unterwegs sein werden. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.